Es wird wärmer. Das hier ist das schwarze Herz von Dexter Industries. Ein Teil von mir fürchtet, was ich hier unten vielleicht finde. Experimente mit Menschen. Kinder als Waffen. Ein Grund mehr, den Stecker zu ziehen. Ich werde Victoria finden und alle Daten von Dexters Forschern vernichten. Diese Sache endet hier. Diese Sache endet hier. Die Ge... Okay. Mutterschlüssel. Ah, guck mal hier. Schlüsselkarte. Verdammt, weißt du, ich bin eigentlich recht friedfertig. Aber dieser Dr. Green, jedes Arschloch könnt ihr mitbringen. Nicht nur du. Das ist natürlich eine coole Waffe. Aber ich werde jetzt irgendwie Schiss vor den Idiom. Ah, ich werde es ein bisschen früher machen sollen. Ich werde es ein bisschen schiefen. Ich werde es schon mal gesehen. Was ist hier los? Nichts. Ich hab hier ne Leiche, bleib dran. Fuuuck, fuuuck. Mal wieder sind los. Ach geil. Ich mach ihn dir! Bäm! Was ist hier los? Okay. Okay. Das ist es. Was ist hier los? 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 Wer zum Teufel ist das? Ich kenn das Gesicht doch. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist das? Tschö. Hm. Was ist denn heute? Aber ich kann nicht. Ach, tschö. Ja, gut. Ja, gut. Oh, fuck. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich habe ihn. Ich hab ihn. Was ist denn der andere Typ, der ich da killen sei? Schau mal, was von kurzen, kontrollierten Feuerstößen gehört? Was für ein Idiot! Lade nach! Okay, wir müssen alles durchsuchen. Irgendwas stimmt hier nicht. Hallo. Er hat sich in Luft aufgelöst. Was hat das gesagt? Ja, ich wollte die Annäherungsmitte haben. Wo sind die hin? Naja. Okay, wir müssen alles durchsuchen. Irgendwas stimmt hier nicht. Der Dreckskerl ist weg. Hey, da drüben! Ich glaube, wir haben hier ein Sicherheitsproblem. Ich weiß nicht, wo der Typ ist noch. Ich muss noch irgendjemanden killen. Wo auch immer du dich versteckst! Ah! Ja! 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 Vielen Dank.